Beeindruckend eigentlich, also das ist schon was Besonderes. An die Luft hat man sich gewöhnt oder so ist gar nicht so schlimm. Heißt nicht, jetzt heute finde ich es ein bisschen hart, so in der Sonne und irgendwie ist es heute besonders warm. Ich finde es auch sehr heiß im Gegensatz zu Deutschland. Also es hat auch nicht geregnet bis jetzt oder sowas, irgendwas Herbstliches.